hallo ihr süßen pupis ich bin es eure jurassiker parker mal wieder live aus berlin wer ist denn das jetzt festnetz jurassiker parker hallo jurassiker hallo meine liebe wir haben uns du hier an meiner strippe ich hab dich doch vor fünf jahren eingemottet ich dürfte es überhaupt nicht mehr geben dafür auch noch mal vielen dank aber gut ich bin nicht nachtragend schöne haare hast du auf du jurassiker ist dringend schatz was rufst du überhaupt an kannst du mir nicht einfach nur whatsapp schreiben wie jeder normale mensch auch oder eine voice message kann ich nicht pass auf du musst dringend wieder ins studio und attraktiv weitermachen was warum jurassiker das internet ist völlig außer kontrolle geraten seitdem du aufgehört dass man vier jahre ist das jetzt seitdem gibt es hate speech filter blasen fake news snapchat ist auf einmal dazu gekommen und auf instagram denken sie alle die werden auf einmal prominent nur weil sie sich schminken können und ihren durchfall morgens ein smoothie trinken wird das stimmt und auf youtube gibt es nur noch scheiße follow me around get ready with me pranking challenge ich weiß überhaupt nicht du musst zurückkommen meinste ja schon ganz egal ich bitte darum over and out na gut das daum magazin kommt zurück